hey leute was geht willkommen zu einem video wir spielen heute rocket league mit dabei ist der iceman und der lj und hier geht es gleich mal richtig zur sache würde ich sagen erst gleich aber was ist gegeben was los sein müssen gott den reinmachen wenn der typ der war rechtzeitig ausschiebt und läuft der boomer so nein ich bin scheiße das wissen wir weiß ich bin scheiße den boost hast du mehr als eingesammelt nice danke danke ja subzero 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 cool subzero erinnert mich immer an tecken dafür bin ich zu wenig tecken gespielt ich nicht ich hab das spiel sogar als mortal kombat keine ahnung ja oder mortal kombat ja ich habe mich glaube ich mortal kombat x habe ich glaube ich die nicht auf deutschland auf dem index gelandet kann sein ist möglich trotzdem geiles spiel nur ziemlich brutal so was das angeht aber naja ja das ist ein deutschland auf dem index ah ok das sind ja die deutschen das hat die merkel angespielt und dann hat die gemeint ne super passt hast du ihm nachgeguckt länder oder was nee brauchte ich nicht war mir ziemlich sicher als ich es schon sagte achso ok oh nein ich bin drunter weg ja und ich wurde einfach das ganze weggerammt nein das ist die falsche richtung vor ja lj du machst es auch nicht besser nein er bekommt den noch ich wollte den an dem vorbeidribbeln das wäre ein schöner assist geworden wir haben einen torwart ne ja ich weiß haben wir nicht ne brauchen wir nation richtig viel besser mittelfeld schade nein schade schade fuck deine mama ist fett aber nur nach weihnachten und nach oster und im silvester und im sommer sommer speck winters speck osters speck neujahrss speck goodbye winters speck willkommen früh links ich dachte die haben einen torwart lj aber irgendwie nicht da einfach komplett geistes abwesend wenn du fährst wenn du fährst ne dann bleib ich hin ich fahr ab ich fährt ja aber ich mein du fährst raus aus dem tor ja immer du kennst mich doch und torwart was wirst du denn ich werde die ganze zeit nur weg gerammt hier ich bin dadurch schon kassiert habe lj weißt du wie oft ich damit trotzdem schon das tor gerettet habe äh passt in die mitte ach verdammt falsch getroffen komm finn ariel finn ariel finn ariel ja nice lj gut hast uns im glück noch gerettet alter da wäre ich glaube ich nicht reingegangen oder so ja deshalb war ich ja hinter dir dicker ach so ich wusste dass du es halt ja gut nice und der veteran ist trotzdem schlechter ja man oh der boomer kommt er an nein beinahe ja fuck der den hast du rein machen können ja den ich sollte grad sagen ich hab den zu weit an der Seite getroffen waren sich nicht so geplant ach sorry alles gut schön wir zerfetzen die hat das spiel verlassen hahaha der erste ist raus der erste hat keinen bock mehr ja mit über dem 5-0 ja aber ich mein bisschen durchhaltevermögen wäre schon geil der ist raus wird das der surrender ne ist das weg ja äh das wäre oh ich dachte er berührt den oh lecker ich will noch meinen deppenden geist sehen ja komm mach ein Tor oh da war der Bot noch dazwischen oh ich war dir gerammt hier vom Bot ey ja ja komm oh ach naja oh Gott LJ haha ja ich hab den Ball gehalten mit dem Gegner haha ja ah fuck ach verdammt da kam dieser scheiß boost dazu putz gepusht halt ihn in der Luft schade ich hätte ihn gehabt ja ich hatte ihn ja da kommt dieser Bot dazu alter halt ihn in der Luft ach schade ey ja ja einfach verdient MVP candy corn und ne Kiste ach komm die öffnen wir kurz dann geben wir das Hauptmenü ja in der Aufnahme machen wir noch ein Case Opening in der Aufnahme äh wo war das nochmal genau Garage Inventar verwalten Schlüssel benutzen jetzt kommt die amerikanische Nationalhymne im Spiel als Santa gegen Cleveland ja ok Räder selten SEPTEM ok SEPTEM SEPTEM die sind gar nicht so scheiße ähm amerikaner aber auch so stolz auf ihre sechs Nationalhymne sind und bei einfach jedem Spiel die Nationalhymne gesungen wird ok rausgezogen rausgezogen die redeln die ich grad drauf habe siehst du die? Alter das ist ein kack Witz ich krieg nur Crap aus den scheißen Dingern na noch nicht starten oh das geht ah Pause nächste Kiste ja ok Pause nächste Kiste oh wir kriegen auf den Sack hoppala ja da kommt Fahrt ja ich ich bin am auf Start hier mein Freund ja schön war mir klar dass Lenn du den bekommst deshalb bin ich gar nicht ich schon zur Sicherheit du hast die Bewege zur Sicherheit was? guck ich bin da stehen geblieben weil ich wusste dass du den bekommst weil ich dir vertraue vertrauen ist äh vertrauen ist eine Sache vertrauen ist eine Sache die Garte vor der Win weißt ja äh von wem die äh diese quote ist äh hier vertrauen ist gut Kontrolle ist besser oh LOOOOUUT ich? ich bin da nicht hingekommen ey du weißt ja von der von wem die Quote ist, ne, Lenu? Ja... Oh... Der ist glaub mal Bronx oder ich war... Ja, gönn dir. Ich bin sowieso hinten. Also die offizielle Quote. Das Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, hör raus. Ähm, Karim? Nein, die ist nicht von Karim. Echt nicht? Aber, Lenu, alles getimed gewesen, alles getimed. Einmal deine Rockstarjeres alles getan. Die ist von... Die ist von Lenin. Äh, einfach weggerammt wurde. Sorry, LJ. Schönes Tor, LJ. Oh, danke. Danke, danke, danke. Wie hab ich das aus dem Winkel noch reingehauen? Keine Ahnung. Weiß egal, hast du... Geil gemacht. Das war ein Bananenschuss, mein Lieber. Den hast du reingedreht. War die Bananenpunkte? Ich komm, ich fahr. Tor. Okay, cool. Äh... Ne, ich hab's gesehen. Was, wolltest du gerade den Billiard spielen? Das war der Plan. Boah, ich hab nichts gemacht. Boah, ich hab nichts gemacht. Boah, ich hab nichts gemacht. Ich hab LJ fahren lassen. Also, ich hab gedacht, da wär einer hinter mir. LJ, du warst doch allein gegen den Sinn. Boah. Sorry. Nein. Nein. Oh, schade. Eine Boost, mein lieber Freund. Oh, scheiße. Äh... Ja, ja, der kommt. Das mach ich da schon wieder. Drück. Ich bin einfach ein Noob, der Rocket League spielt und Spaß daran hat. Auf einmal hat er Spaß dran. Ja, ich hab den Pfeilerwieser genommen. Also, ich will ja nichts sagen, Lennon, ne? Ja. Aber, Zitat. Nein, das Spiel gefällt mir nicht. Ich hol mir das nicht. Einmal im Rabatt. Ja, ich hol mir das jetzt. Alter, ihr habt das... Oh geil, seitdem spielen wir es. 75% aufgekommen. War praktäglich. Hahaha. Das stimmt nicht ganz. Ari, der Karib hat sich das Spiel gekauft und hat mit dem immer erzählt. Hahaha. Ja, aber mittlerweile macht es nicht Spaß. Kannst, Lennon, kannst du mich noch an den Tag erinnern, wo ich gefragt habe, ob du Bock hast, das Rocket League zu spielen? Hahaha. Hahaha. Doch, tüllig. Gab's noch nicht. Ich hab dich schon mehrmals gefragt mittlerweile. Aber das... Ja, aber du hast noch nicht gefragt, ob ich Bock habe, um Rocket League zu spielen. Ob du Lust, ja, ob du Lust hast. Rocket League? Sorry. 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 Hahaha. Sorry, du Model. Äh. Ah ne, halt's Maul, bin sorry, du Model. Dafür gibt's die Fresse poliert. Hahaha. Musst du selber an eine bestimmte Person auf der WG gedenken? Hahaha. Hahaha. Mit Juliane. Ja. Echt? Immer, immer wenn sie ihre, ähm, wie heißt das, diese Phase, diese, ähm, du weißt, was ich meine, diese eine Phase halt, diese, äh, mir doch egal, äh, ich, äh, äh, ich bin eingeschnappt, weißt du. Ich hatte sie aber durchgehend, das zählt nicht. Ich hatte sie nicht gemacht. Ja, stimmt eigentlich. Boah, ich... Ach, scheiße. Ich dachte mir auch gerade. Ja. Also, wenn der aufs Tor gekommen wäre, dann hättest du pariert, längst. Ey, LJ! Alter! Ich hatte die beiden Perspektiven drin, sorry! Ja, hatte ich vor, aber ich wurde zweimal weggerammt! Von meinen Mates! Mr. und Mrs. Milchschnitte, Alter! LJ ist Mrs. Lass den aufbauen! Ich will dir nix sagen, aber du bist Schoko, ich bin Weißboden. Das hatten wir damals festgehalten. Jungs, er hat ihm mittig gepasst. Er macht ihn selber rein! Nee, er hat ihn selber reingemacht. Guck dir das an, er hat ihn selber reingemacht. Läuft bei ihm. Okay! Nimm ich! Ich dachte... Jetzt den Wasserbieter. Alles klar! So, nächstes K-Sorbring, danach machen wir noch ein Match und dann reicht das auch. Was glaubst du, zieh was Gutes? Ja, was glaubst du denn? Ja oder nein? Äh, die Halloween-Kisten! Egal was du ziehst, ich bekommst! Egal was du jetzt ziehst, ich bekommst! Egal was du jetzt ziehst, ich bekommst! Egal was du jetzt ziehst, ich bekommst! So... Event! Ich weiß gar nicht, was in der Halloween-Kisten... Äh, wo hatten wir das denn? Spezial-Event? Von meiner Snapchat-Zucht wieder hier füttern! Komm, zieh doch mal den Reaper! Komm, zieh doch mal den Reaper! Jetzt öffnen! Ja! Was kriegen wir'n schönes! Ich bin gespannt! Ah, nur kacke! Ja! Breakout-Nähte-Aufkleber selten! Komm! Ja! Ja! So! Nee, noch nicht! Hallo! Äh, Lenu, noch nicht! Ich hab... Ich hab vier! Oder fünf hab ich davon! Ja! Ist doch egal! Mach doch... Oh! Reda! Sehr selten! Wiedergänger! Ich... Ich... Ich leg die mal eben an, ja? Dann könnt ihr die sehen! Lenu! Was denn? Ja! Ja! Ich weiß! Ja! Ich kenn die! Ich hab die schon gesehen! Ja! Fick dich! Da auf zu lachen, Digga! Ich find das gar nicht mehr lustig! Ohne Scheiß! Eh! Ohne Scheiß! Ich hab'n Skin für dich, Lenu! Breakout-Nähte! Nochmal! So! Machen wir noch ne Kiste hier auf! Dislike das Video einfach, ne? Dislike das Video einfach, ne? Dislike das Video einfach, ne? 5... 4... Und Vampir-Fledermaus! Torexplosion! Das hast du gezogen! War'n Spaß! Ich hab'n, äh... Octane, äh... Thanatos! Aufkleber selten! So! Letzte Kiste! Kriegen wir was Rotes! Komm! Am besten nochmal den Reaper oder so! Oh! Oh! Ganz knapp! Ganz knapp! Fast... Fast nochmal die Räder gekriegt! So! Schwarze Witwe! Für... Mentis! So! Du brauchst auch gar keinen Mentis! Du brauchst auch gar keinen Mentis! Ich weiß gar nicht, ob ich einen Mentis habe! Hab' ich einen Mentis? Hab' ich einen Mentis? Ne, hab' ich nicht! Ne, ich hab' keinen Mentis! Und die Räder sind ganz nett eigentlich! Ja! Kann man auf jeden Fall benutzen, oder? Ich sag dazu nichts! Ich sag dazu nichts! Warum nicht? Ne! Okay! Also einmal diese Videogänge sind ganz nett eigentlich! Aber welche hab' ich denn noch? Dann hab' ich noch die hier hab' ich ja noch! Äh... Die hab' ich noch! Die hab' ich noch! Die hab' ich ja noch hier! Die wunderschönen! Hab' ich noch die hier! Die hier! Die! Und dann hab' ich noch die hier! Die! Die! Ja! So! Sieht schön aus wie ein Auto find' ich! Auf geht's! Jo! So, nächste Runde! Auf geht's! Auf geht's, Leute! Richtig! Nächste Runde für heute. Nein! Dafür gibt's erstmal auf die Fresse. Ich hab doch gar nichts Gutes gezogen, eigentlich. Ich hab doch gar nichts Gutes, Digga. Ey, ne. Das geht grad über meine... Ich hab da auch keinen Bock drauf, Alter. Die surfen so viele Kisten schon gehört, ich krieg nur Crap, ne? Alles, was ich für das hab, hab ich vom Market Play. Oh, schade. Aber Rocket League hat wenigstens Community, wo die Sachen nicht überteuert sind, weißt du? Ja, ich hab's verkackt. Und was macht die denn? Ich bin fertig. Ja, doppelt. Doppelt und dreifach, Alter. Ähm, meistens ohne. Junge, die zerschnetzeln uns, wenn die weiter so spielen. Ja, kennst du den Herrn, oder? Ich bin halt ein Mongo in diesem Spiel. Boah, das war zu... Schön, LJ. Das war... Das war... Immerhin einer, der hier was reißt. Das war ein guter Pass, Digga. Da kommt der Totenkopfschädel da. Hellfire. Ist das... Ist das... Ist das auch ne Bistane Torx-Person, oder? Hellfire. Das ist... Black Market. Das ist... Die... Beste... Torx-Person, die es gibt im Moment. Nein. Ich find den... Ich find den Reaper ganz geil. Ja, aber die seltenste. Und LJ verkackt's halt, Alter. Guck, was du gemacht hast. Ja, aber... Guck dir das einfach an. Lol, what the fuck. Was? Digga, wie spielt der denn? Also... Der weiß, wie man fliegt, ne? Ja, nicht schlecht. Ach so, nee. Das war einfach nur so ne... Ähm... Einschätzung meinerseits, weißt du? Ja, der Set ist schon oben an der Decke ab. Was macht denn der da oben? Auf'n Ball da kommt oder was? Ey, wartet auf... Auf'n guten Pass. Auf'n den, den ich gerade... Ja, komm, Alter. Leck mich am Arsch für eine Missgeburt. Hahaha. Der ist halt öfter als nur einmal die Woche. Lol. Schön. Wir sind Gamer. Ja, Mann. Go. Ja, Mann. Für was denn? What the fuck? Die wussten auch nicht, was sie machen sollen, ne? Ich glaub, die wussten genau, was sie dann machen. Ach, scheiße. Der Ball hat mich da gerammt. Komm, Kari, auf geht's. Auf'n Ball hat mich da gerammt. Ah, mein Flugversuch ist gescheitert irgendwie. Komisch, vielleicht liegt's da an, dass ich nicht fliegen kann. Komisch, komisch. Vielleicht liegt's da an, dass ich nicht fliegen kann. Lalalalalala. Oh, fuck. Der Typ, Alter. Karin, was machst du denn noch hier? Weißt, dass du da nicht hingeflogen bist, weil du zu viel Blut gegeben hast? Sauber, danke für das geile Setup, AJ. Also, dass ich da nicht hingeflogen bin. Alter, wir haben die grad weggerammt, da. Und, äh, wenn's heute... Ich... Oh, sorry, sorry, AJ. Das war jetzt unluckig. Du solltest mir das aufmerken, nicht? Bin denn? Ach, scheiße. Und'n durch, und'n durch, meine lieben Freunde und Kollegen. Ja. Und der Demo ist auch durch. Also verkackt. Wollt'n jetzt grad gewirkt, keine Guss, ne? Jetzt grad... Ja, der Ding. Komm mit. Schade. Komm mit, Karin. Neuer Versuch. Loll. Loll. Wie? Hä? Warte mal. Loll. Really? Loll. Nice. Was? Das war der Ariel an die Wand, von der Wand wieder sofort runter mit dem Spin. Und das ist aufgenommen, Digi, ey. Das ist aufgenommen. Und ich krieg' nicht ein Tor. Naja, ist halt so. Fuck, sorry. Alles gut, wir haben ja unseren besten Spieler hinten. Echt? Ach Gott, der kommt doch rausgefahren, Alter. Ja. Karin darfst du nicht rollen lassen. Du musst'n noch mal... Du musst'n noch mal touchen. Schönes Game. Schönes Game. Boah, ich hab' gedacht, wir verlieren. Schönes Game. Das Tor ist... So gehen wir in die Lobby. Das hat uns den Arsch gerettet. Auf jeden Fall, danke Leute fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst euch einen Daumen nach oben da. Stellt mir Fragen in den Kommentaren oder folgt mir auf Twitter. Da könnt ihr mir auch Fragen stellen für ein Fragen-Antwort-Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Ciao!